was sie jetzt gleich sehen werden ist eine biologische weltsensation wir haben nämlich eine unbekannte tierart entdeckt eine rittermaus diese mäuse tragen rüstung eine rittermaus kann mir jemand von euch sagen ob er so ein tier schon ehemals irgendwo gesehen hat dann bitte bei mir melden die rittermäuse haben oben und unten panzerung wie sie sehen immer kampfbereit und einsatzfähig sie sind flott um nicht zu sagen raketenschnell und brandgefährlich wo die hinbeißen wächst kein gras mehr eine rittermaus